Jetzt nehme ich den Knie wieder weg und gehe einfach runter und lege dann trotzdem auf dem Bauch. Bisschen stein nach vorne. Das ist mit dem Bein im Geschleck. Und damit wieder nicht mein Bein mehr hier im Weg ist, guck ich nehme es weg. Oh, und dann sitze ich hier innen vorbei an meinem Bein im Glöckchen. Körper fällt nach hinten. Oh. Alles zufrieden? Ja. Meine Arme fühlt sich immer so. Oh, wie weit geht. Oh, und dann entspanne ich mich und dann entspanne ich rum. Boom. Oh. 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 Ausprobieren. Oh, und machen wir es doch jetzt. Es war gut. Ja, 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 ja. Oh. So, passt. Er ist im Schuss, Fliege ist ja dahin und hingeflogen, da war ich auch nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh. No! Untertitelung des ZDF, 2020